Heute haben wir einen besonderen Einsatz. Es ist Samstag und weil Bewegung gut ist und vorbeugt vor Krankheiten machen wir heute Tischtennis mit vielen Mitarbeitern. Jetzt geht's los. Wow, Premiere der Steps-Rats-Trainings. Heute haben wir unser erstes Tischtennisturnier. Hier spielen die Giganten. Ich habe jahrzehntelig mehr gespielt, aber es wird bei Sport ist gut gegen Krankheiten und an dieser Stelle herzlichen Dank. Hauke Lorenz für die Initiative, Kerstin Schmidt, unsere Pflegerdirektorin. Das ist ganz großes Kino und sicher nicht das letzte Mal. Danke. 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 Danke.